So und herzlich willkommen zur 226. Folge Let's Play Minecraft Season 5 meine lieben Freunde und mit epischer Musik begrüßen wir diese Folge und ich habe in der letzten Folge hier diese Immobilie bereitgestellt. Sie sollte mit der Community zusammen eine Einrichtung bekommen. Bis jetzt habe ich noch keine Kommentare darunter gesehen. Ich fordere dazu nochmal auf. Das Lied ist ein bisschen zu laut oder? Mal sehen wie es dann in der Endaufnahme ausschaut. Ich glaube das ist eben ein bisschen leise. Deswegen kann ich das ruhig mal hier. So. Das war einfach mal so. Also wie gesagt dieses Gebäude 56 Quadratmeter einrichten. Das brauche ich nicht unbedingt so bleiben. Das kann man umräumen. So viel ist es ja nicht zum Umbauen. Wir sind dann weiter hier im Geschehen. Guck mal. Guck mal hier und guck mal da. Die Rosen sind groß. Was ist da los? Schreibt es gut. Und es ist gut, dass die Rosen groß sind. Wir sind in der Version 1.9. Da oben schaut ihr. 1.9. Lightloader auch mit drin. Das bedeutet. Wieder F3 gedrückt. Wenn man M drückt. Dann haben wir natürlich hier. Und ihr denkt jetzt bestimmt. Ah. Wird der alte Wegpunkte. Nein. Multiwelt haben wir auch. Und guckt. Sieh das mal rein. Und Bäm. Jetzt tut sich das natürlich erstmal aufbauen. Aber hier oben seht ihr auch auf welchen Server wir drauf sind. Nämlich auf unseren Server. auf den Hundskraub-Königte-Server. Und zwar kann man da mit der 1.8. Mit der 1.9. Und mit der 1.10 drauf. Ist das nicht awesome? Genau. Finde ich auch. Und das sind jetzt auch die Rosen zu groß. Keine Ahnung, was es gelegen hat. Aber das war ein Bug von Servern an sich. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall wieder gelöst. Und ich weiß nicht. Der Stein wurde geändert. Es gibt ja ein neues Tech-Shot-Pack. Und da wurde der Stein geändert. Das sieht jetzt so aus. Und ich will gar nicht mehr wissen, wie das Dach ausschaut. Genau. Das Dach sieht so aus. Ja, schaut ein bisschen anders aus. Aber sind noch keine Glasscheiben drin. Dann gehen wir mal den regulären Weg. Ich gucke mal, wie das von drüben ausschaut. Also von der anderen Seite. Dann gehen wir um den Turm erstmal rum. So, gehen wir durch. Guck mal, hier ist auch noch ein Bauplatz. Ja, das kann man so anbieten. Ich wollte eben den Stein, das sah irgendwie so aus wie Dachziegel. Und das schaut jetzt eher nicht so aus wie Dachziegel. Aber so halb schon, ne. So was edel sah das. Eigentlich für so Fußbote, die Säulen auch für den Treiblandpalast zugekommen ist. So wie, wo? Da. Hinfort. Ich hör noch einen. Hier eventuell. Ne. Hier drin. Oh ja. Oh ja, hab ich ihn überhaupt nicht ausgeleuchtet. Da kleben natürlich die Zombies hier drin. Da komm her, mein Freund. Bam. Das geht nicht hier. Guck, was ist da hell? So. Jetzt tun wir mal ja ein bisschen ausleuchten. So. Füllen sie in den Tauern. Äh, damit. Oh, das ist glaube ich ein neues Lied. Äh. Von dem Kevin mit Lohut. So. Tun wir die mal hier unten hin. Dann machen wir ja wieder, dass mir kein Dorf, wo da rein kommt. Und die Türen hören sich auch ein bisschen anders an, ne. Das funktioniert aber trotzdem noch alles. Also ich kann ihm ja immer noch Sachen kaufen. Das funktioniert alles wie gehabt, weil es auf dem Stand der 1.8 ist. Auch die Boote sind zum Stand der 1.8, deswegen gibt es da auch noch nicht das zu graften, was es in der 1.9 so gibt, beziehungsweise in der 1.10. Ist eben nur, dass man mit diesen Versionen auch connecten kann, dass man nicht immer die Version wechseln muss, um auf unseren Server zu kommen. Genau. Und hier haben wir nämlich mit Teppich und hier haben wir weiter gemacht mit Steinen. Das ist mir auch sehr spät aufgefallen. Hier fallen und hier hinten haben wir auch mit Teppich gemacht, oder? Haben wir das mit Steinen geregelt. Ne, das haben wir mit Stein gemacht. Alles gut. Aber das hier, das ist weiß und ich glaube, wir haben das mit hellgrauen Lehm gemacht. Hellgrau gebrannter Lehm. Dann machen wir was essen hier. Ein paar Ofenkotter, ich geh es frisch gebacken. Frisch gebacken. Es müsste auch noch, die Folge kommt heute etwas spät, ich weiß, ich habe gestern keine Zeit gefunden. Das sieht hellgrau aus, ne. Ja, hellgrau. Das ist hellgrau. Das ist hellgrau. Definitiv. Definitiv. So. Dann geht es eigentlich hier runter, aber ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob ich die unten oder oben lang führe. Da kam jetzt auch noch nicht der Support von euch. Ob ich das machen soll oder nicht. Was haben wir denn hier noch? Grobe Erde, massenhaft hier. 1. Bam. 1. Dann haben wir hier, haben wir noch hellgrau gefärbten Ton haben wir ja noch. Haben wir hier, das haben wir da mitgemacht. Und Schatteneffekte. Oh, hier unten ist das Bett, habe ich gesehen. Nein. Habe ich eins im Bett. Nein. Boah. Habe ich oben eins? Oh, das ist jetzt riskant, was ich jetzt mache hier. Renne. Renne. Relle schneller. Ich glaube ich habe hier kein Bett aufgestellt. Doch. Mein Instinkt hat mich dazu gebracht, eins aufzustellen, dass ich nicht so weiter runterlaufen muss. Sehr gut. Ich habe mir gut überlegt. Ja, das ist die Hängebrücke, die ist in der letzten Folge entstanden. Ich weiß nicht, ob es final ist. Bin ich mir noch nicht sicher. Aber. Uh, 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 uh. Boah. Ich muss sagen, es ist erst 15.40 Uhr am Nachmittag logischerweise. Aber ich bin trotzdem schon müde, weil ich seit um vier auf dem Bein bin. Guck mal, die Werkbank sind noch von hier oben. Schöner Blick. Also, Tintle. Ja. Der Golf wird nehmen wir an. 4.000 Blöcken Entfernung. Oder 4,2 Kilometer. So, doch, oder? Na. Lass mich doch mal hin. So. Äh, Suben. Nein. Nicht E. Er. C. 4,2 Kilometer. Guck mal. Genau. 4,2 Kilometer. So schaut das aus. Hier ist Wasser. Das wollte ich jetzt als nächstes irgendwie entfernen. Dazu wollte ich mir einen Eimer mitnehmen. Was ich natürlich nicht getan habe. Also. Ist gut vorbereitet. Hier geht es nicht runter. Hier geht es auch nicht runter. Ich habe mir jetzt wieder so einen Stift. Aber ich habe gehört, hier unten ist Wasser. Autsch. Bäm. Reingefallen. Was haben wir denn hier? Eine Höhle. War ich ja schon? Glaube ich noch nicht. Wenn wir mal auf einen kleinen Höhen-Tuch gehen. Aber nur eine kleine. Hier ist Kohle. Und hier ist Ende Gelände. Die Facke links bringt es sich nach Haus geschwind. Hier geht es anscheinend noch nach unten. Es ist gerade sehr anstrengende Musik. Hier kommt noch was raus. Dafür. Guten Tag Schaf. Okay. Ist ein Höhlen-Schaf. Anscheinend geht es oben weiter. Dazu mal hier. Eine Verbindung. Genau. Ich stelle dann meine Fackel da hin. Und das ist ein Schwert. Aber wenn man dann so macht. Da hat man sogar geblockt. Aber kann ich gleichzeitig schießen. Aber das hilft überhaupt nichts. Ab dafür. Komisch. Warum ist die Funktion dabei, wenn es nicht funktioniert? Oh, das ist Höhlenmusik. Das ist unser Fluss. Brauche ich hier nicht weiterlaufen. Du. 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 das ist theoretisch. Es ist theoretisch. Aber schon genug unten davon abgebraut, da werde ich es jetzt ja nicht wissen. Also wissen. Im Endeffekt. Wenn ich mal den Abgang bauen, ordentlichen. So. So aber scheiße, dass das Lieds einfach so abgesteckt ist. aber auch mal dabei nur fraglich warum diese Höhle noch nicht erforscht ist es ist so nah und so stadt und sind große Höhle nicht erschaffen also Schattenfehlern normal für ein Ende mehr jetzt schon wieder so dann facken da eine hin doch ein bisschen kohle um hier aber auch gleich was angeschnitten werden oben gibt es irgendwo besonders weiter komm komm irgendwie den Enderman ein bisschen näher da ist er so folgt er gerade nicht getroffen wo ist er wirklich eine Hexe wo da das wird jetzt oben angezeigt cool aber mach abgang ich sterbe ich muss ja weg ich muss ja weg ich muss ja weg weg hier hier ist es dunkel wir können Skelette spawnen so los heile dich ich bin nicht mehr vergiftet all to belly Langsamkeit ist das ok knabber dort knabber dort allein da ist der Enderman nicht angucken ist er vorbei ne guten tag boah das war jetzt ja ist er gut vier stück ich habe Plünderung drauf ja das war mein Glücksschwert hier ne ne rückstoß wo ist mein Glücksschwert das war auch Gülden Gülden war das ja auch noch nicht das ist das das Dunkelheit Enderman gewesen das ist dann geportet hat gut Tag kommen Land und Toten wo sind da auch mein Freund ich bin die auf Augenhöhe kämpfen zu zu weiter ja in dort da war breiter ja immer tiefer schluchtiger vor allen Dingen ne ist doch keine Schlucht aber vier Fackeln haben wir nur noch das ist ganz schön heimtickig hier ne das war es hier können wir noch ein bisschen eieren Ohren mitnehmen haben wir ja nicht genug mal wir haben keinen keine Eisen mehr mehr Eisen fahren hier nix haben wir aber das haben wir alles auf screen gemacht und eine Hintour gehört auch mal dazu deswegen sage ich adieu an dieser Stelle wir werden uns den Weg jetzt herausbahnen und ja bis nächste Folge ciao ciao